willkommen zurück bei father and son play for fun und jetzt mal wieder eine schöne runde online schauen wir mal was liegt heute an liegende vögel zehn stück ok mission schafe gehäutet ok waffen mit waffenöl gereinigt gut dass ich es gestern nicht gemacht habe ich hab's gerochen so kopfgerl jäger gesuchte personen geblündert drei stück dann hier zwei aus der ecke ich weiß nicht um roth herum und kopfgerl mit einer rest von fünf minuten kann man machen so 200 zacken verdienen perfekte tiger da war und waren an entfernten verkaufe das machen wir nicht noch drei fossilen sechs sammler stücke insgesamt und auch zwar mit metalldetektor zwei minuten lang mit der band gespielt eigenen schwarz gebrannten giftigen hergestellt also heute da kann man sich gefühlt aussuchen und antonika dann würde ich mal nicht ich würde ich sage wir hauen uns als erstes das rein dann streichen wir den netten kollegen ich höre das opossum schon immer die ganze zeit da werden wir beim gucken ob es perfekt ist so und da seht ihr die waffe sieht miserabel aus da lohnt das putzen habe ich gestern nämlich extra nicht gemacht selbiges gilt für diese hier und dann gucken wir gleich erstmal wie weit der kompagnon ist und die können wir auch noch machen die hat es wirklich bitter nötig so tip top jetzt kommen wir mal ob hier irgendwo da sind doch zwei ein perfektes ein unperfektes dann gehen wir das perfekte direkt ab ja das konnte man nicht überlappen gehen lassen die story folge ist schon online wer lust hat sollte sich die mal anschauen ich überhaupt über den zaun mit dem viech in der hand muss man hier glaube ich ja so also wer bock auf story hat die 65 folge ist online da haben wir aber massenhaft platz zu spenden ja dann bestellen wir doch erstmal ein paar vorräte damit er hier weitermachen kann noch mal da noch ein perfektes tier hin ja so wird's was so und dann haben wir noch erstmal hier ausreiten eine sache noch offen das ist aber ein ganzes stückchen hier ja dann würde ich sagen machen wir eine schnellreise nach strawberry oder wir könnten natürlich auch eben da unten noch da geht schon wieder los wir kochen uns erst mal was gescheites hier und dann räumen wir unten mal eben da die straßensperre ab denn jetzt müssen wir erst geht das hier so sind ja an der passenden stelle hier um mal eben zu checken ob hier was ist zum ausbuddeln nein was soll ich denn da er ist nicht perfekt den nehmen wir trotzdem mit denn ihr wisst der kann beim spenden perfekt werden und dann halten wir mal eben hier rüber hier ist jetzt nichts auch das ist nicht hier so da ist die straßensperre giftigen schwarz gebrannten sollen wir machen da machen wir uns jetzt erstmal einen spaß so oh die haben mich gleich schon die jungs da machen wir uns mal eben das hier rein macht euch keine sorgen das pferd jetzt überleben so dann können wir die nämlich filzen und alles was wir ah wir brauchen ja sammler stücke sechs stück vielleicht haben die ja was gescheites dabei da geht's los also im prinzip lohnt es gefühlt eigentlich immer so eine straßensperre abzuräumen wo liegen die jungs da liegen sie ja habe ich den schon gefilzt den da nicht so oh noch was ja das wird ja immer besser hier und den schwarz gebrannten äh den vergifteten mussten wir sowieso wegpfeffern sonst können wir keinen neuen machen da ist nix auf dem wagen oh hier jetzt sind wir das mal eben dann wollte ich mal eben noch was anderes gucken ja das nehmen wir erstmal und sonst ist hier glaube ich nix ne so und dann händler seht da schon ne zweimal perfekte tiere abgegeben jetzt machen wir uns auf dem weg und bevor wir jetzt hier eine schnellreise machen mein gott wir sind ja eh schon fast da gefühlt und da wisst ihr da kann ich nicht widerstehen ne ja für alle die aus deutschland zuschauen heute ist ja bei uns bundeseinheitlicher feiertag für die kollegen aus dem ausland tut es mir leid ja wir machen heute quasi nix das gibt es doch nicht ist ja auch nix deswegen konnte ich heute auch in ruhe schon mal eine folge story aufnehmen na was haben wir denn da ja das weiß man wieder nicht in dem moment wo sich das opossum hier totstellt weiß man halt nicht welche qualität es hat es hat nur einen stern also erledigt der fall ja ja raten oben am stall entlang hör ich da wieder was 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 war bei Naturkundler entschuldigung Was war denn bei Naturkundler? Legendäre Tiere fotografiert. Ihr habt es doch auch gehört, oder? Da ist er. Der lässt sich recht schwierig fotografieren. Ich erkenne ihn nämlich immer als Idiot hier. Da war es nämlich schon. Das hat nämlich nicht geklappt. Und da wird das Pferd ganz schnell. Mit ein bisschen Glück. So. Ich wollte ihn noch nur fotografieren. Und das wird nämlich nichts. Oh Mann, jetzt... Ah, jetzt ist er weg. Und jetzt wieder ein Falschen... Ah. Das ist hier in der Hektik. Das ist, wenn man aufs Pferd aufsteigen will und die Kamera schon gezogen hat. Was soll's? Soll er abhauen. Ich hab jetzt auch keine Lust, hinter dem her zu fegen. Da ist er. Egal. So, jetzt muss ich mich mal eben hier... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Neu orientieren. Da wollte ich doch erstmal hin. Also, da gibt es einfachere Tiere, die man... Neu... Fotografieren kann. So, der Mitternachtskoyote ist auch schön entkommen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Denn... Ich wollte ja hier die Lage checken. Aha. War das auch schon mal erledigt hier. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Manchmal liegt hier ja auch noch ein... Aha. Jetzt ist die Frage, ist das hier oder ist das hier die Münze? Ich denke, es ist die Münze. Da ist sie. Dann kann ich schon mal die Markierung neu setzen. Da wollen wir hin. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich mein Lager wieder nach oben verlege. Denn da unten... Da habe ich ja nun mal meine Schnapsbrennerei. Dann habe ich das so ein bisschen schöner über die Karte verteilt. Irgendwas ist hier. Ah, da unten ist eine Schnapspulte. Die holen wir uns aber auch noch. Wenn wir nachher das letzte Fossil gekratzt haben da... Also von der Karte gekratzt haben. Dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Und dann sehen wir auch zu, dass wir der mal was verkaufen. Ah, ist das nicht schön, wenn ihr durch die Sonne aufgeht. Ich finde das wunderschön. Also ich wohne ja nicht ganz so weit weg vom schönen Sauerland. Und das wäre es noch. Da. Ein kleines Häuschen. Irgendwo am Waldrand. Voraussetzung wäre natürlich gutes Internet. Damit ich euch weiter hier Videos bieten kann. Und dann sind wir gleich auch schon da. Da wissen wir ja, wo es ist. Hier ist es. So, was war beim Sammler zu machen. Das heißt... Das und das und das haben wir direkt erledigt. Wir bräuchten eigentlich mal ein großes, perfektes Tier. Damit wir da am Lager auch mal ordentlich weiterkommen. Das buddeln wir auch noch aus. Und jetzt gucken wir mal eben, wo ist die Madame heute. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Ja, da würde ich sagen, düsen wir gleich auch noch hin. Ich hätte gerne tatsächlich ein perfektes, weiß ich nicht. Perfekten Gabelbock. Perfekter hier schwer das Beste. Gut. Bist du auch, na hätte, 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 Fahrradkette. Sobald wir hier noch eben die üblichen Stellen ab. Was haben wir da? Das kann ja nur. Oh. Den habe ich nicht gut getroffen. Aber er bleibt perfekt. Perfektes Elchfell. Oh, und jede Menge Taschenvögel, da sind sie. Denn wir sollten ja auch noch fliegende Vögel jagen. Und da bieten sich die Kleinen ja an. Oh, der schwimmt weg hier. Ja, und ganz sicher ist es ja auch clever, die einzusammeln. Wir brauchen die hier. Ach, Herr Schulze. Was haben wir denn da noch? Für einen Kollegen. Oh. So ein Specht hier. Ja, ich finde, heute kann man relativ gut das Gold abgraben, oder? Oder abgrasen. Ne, wir pittis wollen nicht. Also, ich reite deswegen jetzt hier oben in die Ecke. Oh, einen perfekten Drutern würde ich noch nehmen. Also wirklich bitte perfekt. Damit wir das Lager hier hinpfeifen können. Weil ich mich tatsächlich in dieser Gegend hier am wohlsten fühle. Jetzt raten wir hier so ein bisschen hoch. Dann gehen wir auf Lager und einfach hier hin bestellen. Und es ist an der perfektesten Stelle ever, muss man sagen. Da ist er. Das ist der perfekte Gabelbock. Für alle die, die sich nicht so gut auskennen auf der Karte. Hier ist für mich die perfekte Stelle. So, jetzt können wir mal richtig was spenden hier. Dann seht ihr auch da oben. Das bringt's direkt. Wo ist der Gabelbock? Hier war da noch einer. Da. Der ist, glaube ich, nicht perfekt. Aber, zwei Sterne, kann perfekt werden. Und jetzt seht ihr es. Zack. Sechs perfekte Tierchen gespendet. Weil wir dieses Amulett haben. So, das heißt, Kopfgeldjäger, haben wir ja noch nix gemacht. Händler. Ah, dauert halt, ne, die 200 Tacken zu verdienen. Sammler, Fossilien. Fehlt uns die Karte. Zwei Minuten mit der Band gespielt. Eigenen, das schaffen wir ja. Also die drei Dinge haben wir ja quasi schon erledigt. Und das Tonicum, also. Ja. Was sagt die Uhr überhaupt? Ja, komm, da ziehen wir durch. Die Folge halt etwas länger, aber dann, denke ich, schaffen wir alle neun Rollenherausforderungen in einer Rutsche. Zur Not nehmen wir noch an der Kopfgeldjagd an und versuchen die unter fünf Minuten hinzukriegen. Ist die Sache auch durch. So, irgendwo hier hinten ist jemand da. Ich hoffe, ich rate hier jetzt auch in die richtige Richtung, ne? Ja, da ist sie. Hier war aber noch ein Pflänzchen. Da. Da, 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 da. Ist das Pflänzchen. So. Und weg damit. Und. Ach komm. Schau nochmal drüber hier. Nicht, dass wir von irgendwas viel zu viel haben. Sieht alles gut aus. Ja, passt schon, ne? Ja, das ist soweit in Ordnung. Dann. Kaufen wir jetzt. Ich gebe mir die Karten nach. So, wenn ich jetzt hier ne Karte aufmache für Fossilien. Dann ist das hoffentlich nicht, wer weiß, wie weit verstreut hier. Oh, ne. Das ist ja eine Katastrophe. Okay. Dann holen wir uns nur diese hier. Auf zur Schwarzbrennerei. Das, das ist halt die Gefahr, ne? Dass man... Ne, 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 ne. Moment mal. Mal heben erst. Giftigen, schwarzgebrannten herstellen. Brauchen wir nicht. Ab zur Schwarzbrennerei. Hier ist nix. Dann dübeln wir uns mal eben den eigenen schwarzgebrannten rein. Ja gut, das machen wir mal n' anderen Mal. Jetzt wird erst mal was getrunken, ne? Und runter damit. Und dann checken wir mal eben da hinten diese komischen Hütten. Ob wir da einen Grizzlybären finden. Dann können wir den betäuben. Eine Probe ziehen. Und einen eigenen... Ein eigenes Tantonicum erstellen. Dann haben wir auch richtig Knete gespart. Ah. Ah, ne, 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 ne. Wir reiten erst hier hin. So, dann gucken wir noch mal eben. Also, fliegende Vögel wären wir noch ein paar Finnen. Schafe. Ja, das kann man noch machen. Jetzt nehmen wir erst mal... ...die Betäubungsmunition. Und hoffen mal... ...dass der Grizzly da ist. Da ist er. Da ist er. So. den machen wir jetzt nicht flott da habe ich keine lust zu schauen uns hier ein bisschen um so hier scheint heute nichts zu sein auch nicht sehen wir zu dass wir hier wegkommen da hört man schon erwacht gleich auf jetzt geht es hier abwärts das können wir sagen das war geschickt was haben wir da gesetzloser da geht es hin da der christliebeer wird wach denke ich dann sieht das rot auf der mini map da wären die vögelchen gewesen er kommt echt hierhin also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet ok wenn man den aufweckt dann macht er einen abflug und ich glaube man kann er nicht heute da steht es tiere die man vorher beprobt hat kann man jetzt nicht mehr heute so hier müsste es gleich sein irgendwas hat hier vibriert hier zeige ich euch auch direkt da ist noch ein pflänzchen das war ja richtig geschickt so was auch die uhr über 30 minuten nun gut ohne ein taschenhörnchen so hier irgendwo und nein 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 hier irgendwo muss es sein da ist es zeigt euch genau wo es ist da ist es ganz genau den quatsch machen wir jetzt bestimmt nicht also auf gar keinen fall so wir stellen jetzt noch dass da antonico mehr und dann geht's ab nach hause dann holen wir uns jetzt das letzte fossil da oben das heißt das hat ja leider nicht geklappt mit dem legendären tier mit der band spielen können wir auch das holen wir uns auf jeden fall ja ich sehe schon kommen es werden doch zwei teile weil ja wir brauchen drei sachen mit der band spielen und das sind das und dann jetzt 200 attacken verdienen aber bis der händler hier soweit ist wisst ihr was was sagt denn die uhr ja dann machen wir ganz entspannt zwei teile von dann machen wir direkt hier schluss ist ja schließlich feiertag so und da seht ihr es ist immer ungeschnitten ja ich spiele einfach immer drauf los so das war der erste teil am feiertag vielen dank für euren besuch abonniert bitte den kanal lasst mir ein like da und schreibt bitte was in die kommentare vielen dank und bis zum nächsten mal bei father and son play for fun ja